Vielleicht noch sagen, dass ich es gerade spannend fand, weil ich noch so jung bin, dass ich einfach das alles schon kennenlernen durfte und dass es mir für meine weitere Zukunft sehr hilft, weil ich auch gerade in die Richtung gehen möchte und jetzt, also ich finde es super einfach, dass ich jetzt gerade noch am Anfang stehe und ich so jung noch halt das mitbekommen kann und das halt gerade also alles nutzen kann. Ich bin Lisa Marie, 21, ursprünglich aus Weimar, Thüringen, studiert jetzt in Köln, Pädagogik der Kindheit und Familienbildung und auf das IPE bin ich aufmerksam geworden durch Facebook und andere Bekannte. Ich fand es total spannend, die Methoden auszuprobieren. Einige Sachen kannte ich schon aus dem NLP-Bereich, weil ich da auch viele Seminare besucht habe und ja, er konnte damit mit einigen Begriffen schon was anfangen und war quasi nicht ganz neu, aber viele Methoden waren neu und fand ich super spannend, das auszuprobieren und hat auch meistens ganz gut geklappt. Sehr intensiv fand ich die Methode mit dem Winken und auch gleichzeitig mit dem Aufmalen der Bilder im Kopf oder auch der Gefühle. Das hat mir persönlich super viel gebracht und ich fand es auch ganz spannend, das bei anderen durchzuführen, deren Erfahrungen dann zu sehen. Also ich finde die ganze Betreuung hier super, auch dass der Daniel so bodenständig ist und trotzdem jeden da abholt, wo er gerade ist, trotz dass wir so eine Riesengruppe sind. Das kenne ich aus anderen Seminaren eher nicht so, also da waren wir oft kleinere Gruppen, aber mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass wir so viele Leute waren, weil ich mich sehr gut abgeholt gefühlt habe und ich finde es auch super, dass wir uns Getränke nehmen können und dass auch da mal ein bisschen Süßigkeiten stehen oder auch das Obst und das ist schon gut, ja. Also ich finde ihn sehr authentisch, ich finde er ist sehr bodenständig und ich finde einfach, dass er die Leute gut abholt, da wo sie sind und dass er einfach das super drauf hat, die Leute und auch gerade mich in so einen Band zu ziehen, dass ich ihm auch wirklich gerne zuhöre und dass es halt nicht nur so reingerieselt ist, sondern halt wirklich auch, gerade durch die vielen Übungen, dass es auch festigt und auch die spannenden Methoden halt wirklich spannend erklärt.